Hi und herzlich willkommen zu meinem mittlerweile dritten Giveaway Video hier auf diesem Kanal und heute habe ich insgesamt sieben fantastische Preise für euch. Da hätten wir einmal die zwei USB Ventilatoren, die Sourcegun, sowie den Slush Mug und den Frosty Mug. Dann hätten wir noch die Underwater Light Shop und den USB Cooler & Warm. Und wie ihr nun einen dieser fantastischen Preise gewinnen könnt, das erfahrt ihr jetzt. Um nun einen dieser Preise zu gewinnen, musst du nur mein Abonnent sein, das Video positiv bewerten und einen Kommentar schreiben. Das Giveaway läuft übrigens bis zum 06.07.2012 um 15 Uhr. Nach diesem Zeitpunkt werde ich jedem Gadget einen Gewinner zulosen. Alle Gewinner werden übrigens persönlich mit einer Privatnachricht auf YouTube benachrichtigt, dass sie gewonnen haben. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, viel Glück beim Gewinnen.